so hallo wir machen weiter bei links awakening und das letzte mal haben wir den wurm palace abgeschlossen haben also den ersten dann schon fertig und dadurch auch die feder und haben gehört hier ist irgendwie was ganz schlimmes passiert beim haus von komet na dann gehen wir dass die musik hier vor allem aufhört es ist entsetzlich sie hat mein komet entführt die momen warum hilft keine meinem kleinen komet okay okay ich gehe ja schon los eigentlich weiß blick ja hier noch gar nicht wurde er hin muss aber es gibt halt nicht so viele wege insofern früher musste man als spieler hier jetzt wirklich erst mal suchen wo man hin muss aber so in gewisser weise kriegt man das natürlich hin bekam man auch noch einen hinweis ich weiß es nicht jetzt aktuell habe ich jedenfalls keine aber mir fällt gerade was ein was wir machen wir machen ganz schnell was anderes wir machen ganz fix was anderes aber im heldenmodus so ganz ohne herzen wirklich auch interessant ja da war es ja da mein herz teile halten da komme ich vielleicht sogar hier hoch jetzt weiter halt halt höhlen da komme ich da muss ich da muss ich doch ich kann hier durch ich kann jetzt sogar ich komme ich ja eigentlich schon nicht weit okay was ist das hier gewesen boris hütte an den kann ich jetzt überhaupt nicht erinnern was willst du schon hier du kannst doch nicht reinkommen ich bin mit in den vorbereitungen bereitung okay dann kommen wir wohl später wieder komme ich auch nicht doch hier komme ich da komme ich nicht rein was ist hier denn alles gewesen ich weiß es schon gar nicht mehr mein gott erinnerungen konnte ich überhaupt besiegen ich weiß es schon gar nicht mehr kann ich die besiegen ja ok irgendeine konnte man da auch wieder bewegen ich habe keine ahnung mehr welche und wie das war überall kommt einer raus ist das wahnsinn ah den da und den da und den da oh boy meine energie oh oh und den da und den da wenn du dich dieser prüfung nicht allein stellen kannst fehlt es dir an der nötigen kraft du mut macht den weg frei ach das geht noch nicht ne ok das geht noch nicht wow äh äh ah ok der gibt einfach mal ne Fee raus gut äh wir gehen mal weiter wir müssen die Moblin-Hülle suchen ich weiß grad gar nicht mehr wo die war ja wir gehen mal weiter so ich glaub hier oben oh oh mein gott das war jetzt Zufall nice Herz-Container sehr gut wusste ich gar nicht mehr dass da ein Herzteil war ok cool hier ist die Moblin-Hülle oh boah ist die Hütte ja gut aber das kann man auch nicht hin hier ist die Moblin-Hülle ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel alles klar hey was willst du hier Jungs wo seid ihr ich brauch Hilfe ja Verstärkung kommt anscheinend nicht na so herzlichen Glückwunsch soviel zur Verstärkung oh nice voll gut aus Pulver so als Massenvernichtungswaffe hat was und der Boss aha du musst der Kopfgejährger sein den Madame Miau Miau gesandt hat um ihren Köter zu retten du sollst erst mal dich retten Aua 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 yo 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 Aua Gott wie ging der denn muss der gegen die Wand rennen ach ja oh Gott oh Gott oh Gott meine Energie ne ok ok nein hat gestoppt Betrug ok ich muss näher an die Wand ran ok oh nice aber die Energie war gerade gar nicht so gut hab's ein bisschen spannend gemacht ne so besser und guck mal wer da ist ach ansehen muss ich hin ok du hast Komet gerettet ein furchterregendes Vieh so Komet komm mal mit wenn du denkst es geht jetzt nach Hause Komet dann irrst du dich wir haben eine viel höhere Mission gut vielleicht werden wir auch dahin geleitet das ist ja ein furchteinflößendes Tier was du da bei dir hast vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf naja mit der Ruhe mit der Ruhe bin ja schon unterwegs Komet denkt sich auch nur so äh der hat mich gerettet ok und ihr seht schon Komets Leidenschaft er ist einfach wahnsinnig gerne Gegner sowas möchte man doch dabei haben ne so jetzt geh ich immer mal ganz kurz hier rüber ich weiß nämlich nicht mehr was das hier war das klären wir gleich hallo mein Name ist Dr. White ich schreibe gerne Briefe leider antwortet mir nicht jemand ok ok das war das halt ich muss aber gucken ob da so ne so ne so ne so ne Dings ist wo ich ein Viehchen setzen kann aber ich sehe aktuell sehe ich nichts da scheint nichts zu sein ok gut dann können wir wahrscheinlich hier rein ah da kommen wir sogar ran nice hab ich das grad richtig gesehen bin ich das jetzt genau auf oder hat der mir jetzt Rubine geht es nur bis 200 wenn ja würde ich jetzt erstmal keine Rubine mehr sammeln nein ok es war Zufall war Zufall dass es gerade so rund ist ich hab nicht aufgepasst ok gut gut dann kann ich schon äh weiter Kisten öffnen es ging mir jetzt nur darum falls äh ne wait ich hab ja noch gesagt äh oh ja die K oh mein Gott jetzt ist ja richtig was passiert hier huiuiui jetzt markiere ich mir hier nämlich mal dass ich hier äh das nachher heben muss wie mach ich heben 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 mach ich äh die Kugel Kugel ist heben ok komm ich da schon hoch ja Tal Tal Gebirge ah das die Musik im Tal Tal Gebirge ist auch so göttlich einfach Musik der Fisch regt sich im Ei du bist dort aber weiter geht's hier noch nicht ok wir haben ganz kurz was von dem Tal Tal Gebirge gehört es hat einen so geilen Soundtrack ah ich bin einfach nur begeistert so hopp rüber da und weiter im Programm so denn wir würden hier nicht weiterkommen wenn wir ihn nicht dabei hätten denn er frisst uns jetzt wie ihr gerade schon seht ganz fleißig frisst er uns jetzt hier die ganzen Blumen weg die uns sonst stören würden vor allem die da Yay und vor allem die da die direkt vor dem Dungeon Eingang sind die müssen alle weg Dankeschön so er geht leider nicht mit rein aber das macht gar nichts und wir sind schon im zweiten Dungeon das geht ja bisher recht fix mal gucken ob das so bleibt so wenn man hier kein Pulver dabei hat muss man neues holen aber sonst bekommen wir noch Pulver hier habe ich mich als Kind komplett mal verlaufen da wusste ich mal eine Zeit lang nicht wo es weiter geht ich bin gespannt ob ich jetzt alles finde oder ob sie die Räse vielleicht vereinfacht haben ich weiß es nicht wir werden sehen ja das sind auch ganz interessante Gestalten oh ich kann ihm gar nichts tun aber er ja cool äh ah von der Rückseite alles klar ich war schon irritiert Kompass so was ist da alles los uff gut ich glaube das war hier erstmal alles da können wir rein ah ja jetzt geht schon mit diesen Schaltern los die sind in dem Spiel ich möchte fast sagen leider sehr häufig vorkommend aber gut so ist es halt also es wird sehr viele mit diesen Schalterrätseln geben auch dass man dann zum Beispiel auf dem Ding mal entlanglaufen muss aber das sehen wir alles wenn es soweit ist kenne ich halt schon von der Art her die ich rätsel ne aber ja hopp juhu das ist ja schon der zweite und jetzt können wir da rüber so tschüss aber da kommen wir noch nicht hin Stachy noch ein Stachy hat nichts gebracht weiter im Programm ah ja ich erinnere mich an den Raum man sieht glaube ich was man tun muss ja es ist ziemlich offensichtlich was ist das so einmal zack und einmal zack hurray das war auch noch kein so wildes Rätsel ne kriegen wir noch hin hopp 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 oh boy hoppala ich hab den Sprung nicht so knapp eingeschätzt oh je ein Herz oh nice das kommt ja genau richtig wah okay also einmal hier und einmal hier war es nur zum hell machen nicht zum notwendig sein oh okay ah die dreht sich rum ah Hilfe Mittelboss schon das äh wollte ich jetzt noch gar nicht mach dich oh mein Gott nein 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 aua nein 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 aua oh Gott okay ich wäre im Heldmodus jetzt schon tot ne okay so huh im Heldmodus wäre ich jetzt halt echt schon tot ei 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 so aber da haben wir jetzt die Fee äh ich komme außenrum ne genau und dann kann ich da rein was ist das denn das kenne ich nicht das ist neu Hilfe Karte das kenne ich gerade wirklich nicht gab es das im Original auch schon so ein Viech äh wahrscheinlich ja wahrscheinlich erinnere ich mich einfach nur nicht dran ach das waren jetzt weiß ich was das ist was ich da gesammelt habe ich habe mich gerade gewundert warum ich wieder Pulver habe das war Pulver was ich gesammelt habe nein wollte ich nicht ich wollte das öffnen ja ja 20 Rubine würde mich jetzt interessieren ob ihr schon erraten könntet was es für ein Dungeon Item hier gibt das ist auch ziemlich offensichtlich aber ja oder was man damit machen kann zumindest aber ich verrate es mal noch nicht aber ich muss hier pulvern so das Kraftanband damit kannst du endlich Stein und Krüge hochheben ja ja wir können jetzt Dinge heben endlich auf geht's und ich stelle fest ich muss es nicht ausrüsten sehr sehr gut ich meine nämlich im Original musste man es ausrüsten dann hat man das immer hin und her gewechselt mit dem ganzen anderen Zeug und das war furchtbar nervig das ist sehr gut dass das hier nicht mehr ist da bin ich sehr dafür okay 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 yeah yeah kleiner Schlüssel so weiß gar nicht ob ich hier die Gegner alle beziehe ich glaube aber nicht so aber der Raum hier unten ja für den brauche ich einen Hinweis ich glaube das ist hier immer noch so ich bin mir nicht sicher aber ich glaube das ist hier immer noch so so erstmal das dann geht es hier weiter und ich glaube das war auch das wo ich damals gehangen habe dieser Raum nämlich äh ja ich sag mal noch nichts ich will nicht immer so viel verraten ich muss mich da ein bisschen zurückhalten tut mir leid okay oh hab ich Quatsch gemacht ah ne alles gut so ach mist ja das ist jetzt zu bald naja dat ist jetzt ein bisschen zu bald müssen wir nochmal zurück bäh blöd wir haben noch keinen goldenen Schlüssel achso wo muss ich dann jetzt ach hier ist noch ne Treppe gewesen ich kann ja mal kurz demonstrieren wenn ich jetzt hier die besiege konnte ich gar nicht gerade da komme ich an den Rand ach so nein mist ich hab's eh verhauen piranha pflanzen was wo kommen die denn hier aber ja die gab's im original auch so ah jetzt bin ich wieder hier genau ach ich hab den Schnabel noch nicht dauer den Schnabel noch holen wo hab ich jetzt den Schnabel wieder liegen lassen äh oh ich dachte ich bin schon drin wo hab ich jetzt den Schnabel wieder liegen lassen ah ich bin jetzt sogar richtig aber das war auch nicht ich dachte das war er jetzt okay wo ist noch ne Truhe da ist noch ne ach kleiner Schlüssel hab ich vergessen siehste aber ansonsten haben wir auf dem Weg nix ausgelassen ne ne und ihr seht schon in dem Raum hier ist ne Truhe wo wir gerade die Gegner hatten die drei okay das heißt das ist alles was noch fehlt gut dann krieg ich ne Dungeon hin sehr schön ei 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 oh oh ähm 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 hä hä aber wo ist denn dann jetzt noch ein vielleicht einer der irgendwo runterfällt oh oh was hab ich da ausgelassen was haben wir gemacht mir fehlt ein kleiner Schlüssel mir fehlt der Schnabel und mir fehlt ach ich weiß der ist hier runtergefallen genau den hatten wir ja schon den hatten wir ja schon äh den hatten wir ja schon ausgelöst genau so dann geh ich davon aus dass da hinten jetzt der Schnabel ist aua die Frage muss ich die Gegner besiegen oder die oder das Feuer anzünden okay Gegner besiegen yes den man hier eigentlich auch wirklich tatsächlich braucht weil ohne den kann man eigentlich das Rätsel nicht lösen außer man kennt es halt schon dann ist was anderes jetzt weiß ich aber natürlich überhaupt nicht welche Eulenstatue mir hier den Hinweis gibt den ich brauche aber wir gehen einfach alle ab hier ist eine ja das ist danke dafür danke für nichts ach da komme ich nicht weiter aua ja wir können uns neues Pulver holen warum nicht tschüss so das war das kann ich die eigentlich auch ne nur von hinten immer okay da ist eine aber die sagt wahrscheinlich was zu den Platten hier ja klar die sagt was zu den Platten hier wo ist denn die die ich brauche wo ist denn die die ich brauche da hätte ich mich auch herporten können by the way ups ach hier stimmt das ist ja auch die Verbindung in den Raum zurück so und die sagt jetzt nämlich folgendes erst die langohrige Kreatur zuletzt den Schädelritter man muss die in der Reihenfolge besiegen wenn man das nicht macht passiert nichts er ist die langohrige Kreatur ist also er hier nice dann die Fledermaus zuletzt den Schädelritter und nur dann kommt die Truhe ich glaube das war das wo ich als Kind gehangen habe hier in dem Raum ich weiß es nicht mir sicher aber irgendwo habe ich hier gehangen als Kind ewig lange ich habe insgesamt ein halbes Jahr gebraucht bis ich das durch hatte aber ich war keine Ahnung 8,9 ich weiß es nicht mehr war ja mein allererstes Zelda damit ging alles los ich wollte es erst gar nicht haben ich habe immer so gesagt so Spiele wo man von oben sieht sind doof ich will Jump'n'Roll spielen ja sowas wie Mario das war meins ist es ja auch immer noch aber dann durfte ich im Media Markt mal ein Zelda anspielen nämlich dieses hier und dann wollte ich es haben und dann war ich sowas von am Haken so machen wir gleich den hier ist ja egal mit welchem wir da hingehen und dann kommen wir noch zum Boss der echt cool ist also die hatten hier richtig geniale Ideen muss man sagen ich bin gespannt ich bin heute dein Gastgeber hat gleich wieder das geile Boss heben. Aua. So. Ich muss ihn erstmal hier, glaube ich, werfen lassen. Hilfe. Und hier flippt er ein bisschen rum. Ich kann mich nicht bewegen, aber ich bin unverletzt. Ja, noch. Dieses Mickey-Schwert zerstört meine Flasche nicht. Das nicht. Selbst die Wände hier sehen stabiler aus als dieses Spielzeug. Na dann. Bitteschön. Edgy, Edgy, mit meiner Flasche bin ich unverwundbar. Ja, du schon. Ei, 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 ei. So, komm her. Und zack. Ah, nochmal. Okay. Ja, ihr seht auch, die Kämpfe sind verglichen mit anderen aktuellen, äh, von oben runter, also Top-Down-Selders, sind die Kämpfe schon länger gewesen und auch interessanter fast. So, und jetzt... Oh, du hast meine Flasche zerstört, das wirst du bereuen, du. Und jetzt geht der richtige Kampf los. Aua. Okay, ich hab ihn erwischt. Alles gut. Hauptsache, ich krieg ihn immer mal wieder. Ah. Okay. Erwischt. Aber es wird spät kritisch. Zwei Herzen noch. Im Held-Modus wäre ich schon wieder tot. Ah, das gibt's noch nicht. Okay. Huh. Bapapapapapapam. Juhu. Das war der zweite Dungeon. Und wir hören wieder eine schöne Melodie. Was ist denn jetzt in der Herzensleiste mit dem Herz da oben, weil das so weiß ist? In der Mitte. Hä? Okay. Das Tritonshorn. Ach, so schön. Echt ein tolles Remake. Bisher wie das Original. Ganz fantastisch. Runga-Steppe. Die Steppe wartet. Ja. Aber es wird jetzt immer länger dauern, bis wir in die nächsten Dungeons kommen. Es geht nur am Anfang so flott. Das wird noch ordentlich, das Spiel. Das kann ich euch verraten. Also. Puh. Da kommt noch einiges auf uns. Aua. Aua. Oh. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch ins Dorf zurück. Geben Komet ab. Und dann stießen wir einfach schon mal den Part ab und auch die Aufnahme, denn offensichtlich sollte ich meinen Pro-Controller aufladen. So, den kann ich mir gleich mal holen, falls ich irgendwann ähm, kein Pulver mehr haben sollte. Aber ihr seht ja, man bekommt auch in den Dungeons zwischendurch mal wieder Pulver zurück. So, und jetzt kann ich ja hier durch und mir hier das Herzteil schon mal holen. Ich sollte wirklich in Zukunft, wenn ich sowas habe, das hätte ich schon markieren sollen eigentlich, aber ich habe mich noch dran erinnert. Passt also. So. Ah, da fällt mir was anderes ein. Das machen wir schnell noch. Das machen wir schnell noch. Oder bin ich jetzt zu weit gela- Na, das kriegen wir noch hin. Ja, wir sind auch gerade sowieso schneller unterwegs. Sehr schön. Weg mit euch. Weg mit euch. Weg mit euch. Hier war doch das zum Hochheben. Das habe ich mir auf der Karte markiert. Aber hat sich schon erledigt. Heiß. Sehr schön. Haben wir sonst irgendwo bisher irgendwas übersehen, wo wir was hochheben konnten? Ich weiß es nicht. Also ja, wir haben vieles übersehen, aber nichts, wo ich jetzt genau jetzt hin müsste. Die meisten Sachen können warten oder waren einfach nur Durchgänge. Okay. Okay. So, dann bringen wir Struppi mal wieder äh, Komet mal wieder zurück. Wie komme ich da auf? Struppi? Wie ist der Struppi im Original? Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Messie, danke. Es war ja so süß von dir dich um den kleinen Komet. Doch, der hieß Struppi im Original. Ich erinnere mich an die Ich glaube, der hieß Struppi. Weil ich gerade so Struppi im Kopf hatte. Du bist ein ganz lieber Kerl. Wie kann ich dir jemals danken? Ah, ich weiß. Okay. Du hast deinen Kuss von Madame Mio Mio erhalten. Du, du Glückspilz. Ach, guck mal. Nee, ist egal. Nicht wichtig. Nicht wichtig. Gut. Oh, da steht. Entschuldigung. Da habe ich mich gerade verschluckt, weil ich Mar- 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 Äh, Mar- Wie heißt sie? Marin, das ist ja. Marin. Das ist ja Marin. Ja. Ich liebe diese Melodie. Und du, Link? Was liebst du? Welche Melodie? Bei mir ist es für ein bland. Also, ich bin ein ganzes Mal. 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 Und du, ich bin ein ganzes Mal. Gänsehaut! Das ist das Lied, was ich gemeint habe. Die Instrumente haben es schon ein bisschen angespielt. Das ist das Lied vom Windfisch. Ja, ich liebe diese Melodie auch. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut gewesen. Okay, wir machen mal noch ganz schnell hier den Quatsch. Wir haben jetzt ja so viel Geld. Also gut, vielleicht braucht man doch nicht so viele Rubine. Hab mich da wohl falsch erinnert. Let's go. So, diesmal aber ohne Scam. Das muss doch treffen. Ja, komm, mach mal gleich weiter. Meepp. Stopp. Stopp. Ah, könnte passen. Sollte passen, oder? Sieht doch ganz gut aus. Grupp. Ah, wirst du wohl? Okay. Sie wird. Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, was passiert, wenn man sich den Schild holt, aber schon ein Schild hat. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie ich mir den Schild... Weil das hält ja nicht an. Hä? Hä? Das ist ja frech. Jetzt komme ich aber tatsächlich mal an den Schild ran, oder? Vielleicht so ein bisschen mittiger. Aber... Jetzt macht er wieder zu vorher. Ah. Hä? Jetzt fällt es ganz von der Plattform runter. Oh. Jetzt hat er es an den Rand geschoben. Moment, das probieren wir aus. Kriege ich den jetzt besser? Also ich kann die beeinflussen, die Dinger, ja? Aber es geht nicht weiter. Ich habe mir komplett verbaut, den Schild. Der fällt doch raus. Ist das ein Joke? Wegen einer Sache, die ich schon habe. Aber ich will es einfach kurz ausprobieren. Wir haben das Geld. Okay. Nice. Hä? Äh, faszinierend, ne? So, aber den habe ich ja im Prinzip schon. Kann ich den jetzt... Kann ich den, äh... Storn, falls ich meinen mal verlieren sollte? Nein, jetzt nicht mehr. So, was haben wir denn jetzt da alles Hübsches? Die Yoshi-Puppe? Die ist wichtig. Du liebst Yoshi. Ich liebe Yoshi für alles. Ah. Warum muss ich jetzt daran denken? So. Eine Muschel. Schreib später vielleicht lieber noch deinen Namen drauf. Aber jetzt zwei Schilder? Ne, man hat ihn einfach dann doppelt. Ah. Ich glaube, man kann den dann auf... auf... Ah, guck mal, hier unten ist jetzt... Das sind die Schlüssel. Und da ist die Yoshi-Puppe. Wer sich erinnert, weiß, wo die Yoshi-Puppe hingehört. Aber das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt gucke ich erstmal, ob noch was Neues da ist, wenn ich jetzt wieder reinkomme. Hui, du hast ja die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon vor Ewigkeiten versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Ja, das wissen wir doch schon. Ne, Herz und... Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay. Nein, das reicht nicht. Oh nein, das haut nicht hin. Was ist das? Hä? Hä, was ist da hinten jetzt drauf auf der Plattform? Lieber dem Schild? Hä, was ist das? Ja. Ich will beides haben. Nein, das ist zu weit. Ah, das wird nix. Nein, der greift daneben. Ah. Was ist das für ein Stein da hinten? Ja, 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 ja. Let's go. Ah, das ist zu wenig. Das wird nicht reichen. Ja, gut, er greift sie. Nicht rausfallen. Ah, nice. Okay, die ist raus. Gut. So, jetzt noch diesen Stein da hinten. Vielleicht kann ich ihn ja irgendwie wieder von der Plattform schieben. Ja. Ich muss jetzt gut timen. Achso, ich muss jetzt einmal noch nach rechts bewegen, ja. Dann mache ich das jetzt so knapp und dann... Ah, es reicht nicht. Nein, es war zu bald. Ah, greif. Oh mein Gott, perfekt. Oh mein Gott, perfekt. Okay, keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es gleich wissen. Was ist das? Ein Brot? Ich habe keine Ahnung. Nein. Was soll das denn sein? Achso, was ist das? Du hast eine Schnüppchen-Figur erhalten. Irgendwo muss man die doch auf... Ach, das ist für diese Platten da. Die wir gesehen haben. Was ist das? Einen Kammestein. Warum fühlt er sich so komisch an? Mysteriöse Steine. Okay, die sind neu. Die gab es im Original nicht. Das ist neu. Das kenne ich nicht. Ich weiß, wofür der ist. Ich weiß, wofür der ist. Was hier in dem Spiel neu ist. Ja, okay, aber jetzt haben wir wirklich alles. Ich weiß, wofür der ist. Okay. Aber auch da, falls jemand sich zu dem Spiel noch nicht so informiert hat, sage ich mal noch nichts dazu. Das wird uns dann mit der Zeit sicherlich erklärt werden. Ah, ich weiß, wofür der ist. Okay. Okay. Gut. Dann schließe ich jetzt mal die Aufnahme ab. Ich muss alles hochladen. Ich muss jetzt echt schnell loslegen. Morgen sollte der erste Part kommen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch gefällt das Projekt. So wie mir. Es ist einfach für mich. Das Spiel ist einfach grandier. Er ist schon wieder wach. Okay. Warum? Ein paar Vitamine. Da bin ich unten an den Strand gegangen, um mir ein paar Banane zu besorgen. Solltest du auch tun, Link. Nicht, gerade nicht. Ich will gerade einfach nur speichern. Speichern. Ja, wir haben keinen Goomba. Ich müsste mir irgendwie merken, wo die, wo dann was jeweils draufsteht. Gottes Willen. Einfach voll abgeschmissen. Okay. Egal. Danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Und tschüss.